Das ist die Maya hier aus dem Dresdner Tierheim. Maya ist etwa ein Jahr alt. Sie ist ein ganz sportlicher Hund. Sie sucht eine neue Familie, braucht noch ein bisschen Erziehung, möchte zu Hause auf alle Fälle Einzelprinzessin sein. Also kein zweiter Hund ist erwünscht, wobei sie aber beim Spielen mit anderen Hunden verträglich ist. Wenn sie sich für die Maya interessieren und wenn sie sportlich sind und sie richtig fordern und auch ab und zu mal ein Küsschen vertragen, dann melden sie sich einfach im Dresdner Tierheim. Untertitelung des ZDF, 2020